Letzte Woche hatte ich ein extrem spannendes Gespräch mit einem unserer neuen Mentoring-Kunden, der meinte, hey Robert, wir haben seit Monaten Umsatzplateau erreicht und wissen einfach nicht, wie wir das geknackt bekommen und gleichzeitig ertrinken wir gefühlt in Arbeit. Es ist nicht so, dass wir nicht viel zu tun hätten und das ist auch der Grund, warum wir uns für die Zusammenarbeit entschieden haben. Hast du vielleicht noch weitere Tipps, um so schnell wie möglich dieses Umsatzplateau zu knacken? Und was ich ihm empfohlen habe, möchte ich dir in dieser Folge hier teilen, denn ich habe tatsächlich das Gefühl, dass es vielen Leuten da draußen so geht, dass sie immer wieder an Umsatzplateaus kommen und so geht es mir regelmäßig auch. Und da habe ich eine Strategie für mich gefunden, die sich wirklich in den letzten Jahren bewährt haben, um wirklich immer wieder zu erkennen, was eigentlich der konkrete Engpass ist, daran zu arbeiten und dann das Umsatzplateau so schnell wie möglich zu knacken. Wenn du also in der Situation bist, dass du verdammt viel Arbeit hast und gleichzeitig trotzdem mit deinem Unternehmen wachsen willst, dann sieh dir die Folge unbedingt bis zum Ende an, denn dort verrate ich dir ganz genau, wie du dein aktuelles Umsatzplateau so schnell wie möglich geknackt bekommst. Bevor wir heute starten, gibt es großartige Neuigkeiten und zwar habe ich mich entschieden, bis mindestens Ende des Jahres zwei Folgen pro Woche zu veröffentlichen und du darfst mich gerne darauf festnageln. Hintergrund ist, dass mich sowohl Kunden als auch befreundete Gründer und auch Unternehmer eigentlich immer zu zwei Themen ansprechen. Zum einen zum Thema Lead-Generierung und mich fragen, hey Robert, wie schaffst du es über LinkedIn so viele Leads zu bekommen, was ist der beste Funnel aktuell, wie schaltest du deine Werbeanzeigen, was funktioniert auch in Facebook-Ads und das ist das, was ich dir weiterhin in der Einfolge liefern werde, also die besten Lead-Strategien, um mit deinem Unternehmen zu wachsen. Die zweite Dimension, die mir auch in den letzten Wochen erst so sehr klar geworden ist, seitdem ich wieder in Spanien bin, ist, dass es mein größtes Ziel auch immer war, mir ein Unternehmen aufzubauen, das unabhängig von meiner Zeit funktioniert und das mir auch eine gewisse Flexibilität einfach in meinem Alltag ermöglicht. Und das Coole ist, dass ich das in den letzten Jahren erfolgreich geschafft habe, extrem viele Fehler gemacht habe, extrem viel gelernt habe und mich immer wieder Leute in den letzten Wochen gefragt habe, hey Robert, wie hast du diese Firma Remote aufgebaut, wie hast du es geschafft, irgendwie nicht 80 Stunden pro Woche zu arbeiten und trotzdem das Ganze erfolgreich aufzubauen. Und das ist auch die Überschrift von der zweiten Folge, wo wir in diese unternehmerischen Themen sozusagen reinspringen. Das bedeutet, das ist ein kleiner Einblick in die unternehmerische Welt. Ich hoffe, dass du aus diesen Learnings auch was für dich mitnehmen kannst. Diese Folge ist so der erste Probelauf, aber ich habe einfach gemerkt, ich habe über die Jahre so viel darüber gelernt und ich glaube, da sind so viele interessante Sachen für dich dabei. Und das ist der Grund, warum ich diese zweite Folge einfach zusätzlich bis Ende des Jahres ausrolle. Und wenn das Experiment am Ende gut funktioniert, werde ich dir natürlich auch im nächsten Jahr eine zweite Folge pro Woche liefern. Wenn dir die Idee gefällt, gerne einen Daumen nach oben da lassen. Für diese Folge würde mich wahnsinnig freuen. Und jetzt würde ich sagen, springen wir direkt in die neue Folge rein. Ich möchte diese Folge mit einer kleinen Story starten, die mir vor ein paar Wochen in Hamburg passiert ist. Und zwar war ich auf einer Veranstaltung und dort war ein Unternehmer, der bereits 80 Jahre ist, immer noch super aktiv ist in seinem Unternehmen, mit dem ich gesprochen habe und er meinte, dieses Jahr knacken wir die eine Milliarde Umsatz. Und dieses Gespräch war extrem inspirierend, weil er zum einen super fit ist und ich dachte mir, wenn ich mit 80 Jahren nur annähernd so aussehe, habe ich alles richtig gemacht. Als auch wirklich zu hören, dass jemand eine Milliarde knackt, ist schon relativ verrückt. Und den noch im Raum zu haben und sich mit dem unterhalten zu können, war extrem spannend. Und was er erzählt hat und auch sozusagen den Bogen zum Intro zu spannen war, dass er 13 CEOs hat und sein Job es ist, die auch immer wieder aus dem Tagesgeschäft rauszuziehen und ihnen zu zeigen, wie sie wirklich strategisch denken und gucken, wie unternehmerisches Wachstum in den nächsten Jahren entstehen kann und wirklich ihnen das beibringen muss. Und meint, die ersaufen immer wieder in ihrem Tagesgeschäft und schaffen es halt nicht, diese strategische Brille aufzusetzen. Und das ist auch der Bogen, den ich spannen möchte zu unserem neuen Mentoring-Kunden, dass viele Kunden zu uns kommen, die immer wieder diese Umsatzplateaus erreichen und häufig so eine Perspektive von außen extrem hilft, um sich da rauszuziehen. Und ich habe das Gefühl, in den letzten Jahren habe ich diese Fähigkeit auch für mich gelernt. Und am Ende sind es so fünf Dimensionen, die man strategisch immer wieder überprüfen sollte und eigentlich auch Woche für Woche überprüfen sollte und dementsprechend auch seine Aktivitäten pro Woche planen sollte. Welche fünf Aktivitäten das sind, die gehen wir jetzt gemeinsam durch. Aber diese strategische Brille aufzusetzen ist das Entscheidende, wenn du wirklich dein Umsatzplateau so schnell wie möglich knacken willst. Die erste Dimension ist die absolut wichtigste, denn sie bildet das Fundament und alle weiteren Dimensionen machen relativ wenig Sinn, wenn das Fundament nicht steht. Und ich spreche von dem sogenannten Product Market Fit. Was bedeutet das jetzt? Wenn du mit deinem Unternehmen wachsen willst, musst du irgendwann hinkommen, nicht nur individuelle Angebote zu präsentieren, sondern wirklich ein Kernangebot zu entwickeln für eine Zielgruppe, das ein bestimmtes Problem löst und am Ende gewisse Ergebnisse erzielt. Und das ist wirklich eine der toughesten Phasen, machen wir uns nichts vor, egal ob du eine Agentur hast, egal ob du ein Beratungsunternehmen hast oder ein Softwareunternehmen hast. Wirklich ein Angebot zu finden, was im Markt ankommt und was sich stabil verkauft und dann noch Ergebnisse produziert, ist sozusagen die tougheste Phase. Aber das kann am Ende zum Beispiel sein, dass du eine Recruiting-Agentur hast. Das kann bedeuten, dass du eine SEO-Agentur hast. Du kannst LinkedIn-Beratung machen oder kannst zum Beispiel auch E-Commerce-Beratung machen. All solche Sachen sozusagen sind der sogenannte Product Market Fit. Und das ist die erste Dimension, die wirklich sitzen muss. Wie kommt man da so schnell wie möglich hin? Aus meiner Erfahrung und auch in der Zusammenarbeit mit 500 plus Gründern und Geschäftsführern in der Vergangenheit ist der einfachste Weg, so ein Stück weit in Case Studies zu denken. Das bedeutet, dass man diese individuellen Angebote auch weitermacht, solange man sozusagen daraus sein Cashflow zieht. Aber dass man dann irgendwann den Kassensturz macht und sich wirklich 20, 30 Kunden und manche können wirklich auf viele Jahre zurückgreifen, sich wirklich anguckt, was hat am besten funktioniert. Welches Angebot war die beste Zielgruppe? Wer ist vielleicht auch mein Lieblingskunde gewesen? Wo hat das Geld gestimmt? Wo hat die Zusammenarbeit gestimmt? Und wo haben die Ergebnisse gestimmt? Und dass man das nimmt und daraus wirklich dieses skalierbare Angebot am Ende entwickelt und dafür so schnell wie möglich die fünf ersten zahlenden Kunden gewinnen. Das ist häufig auch in der Zusammenarbeit das Erste, was wir mit fast allen Mentoring-Kunden machen, dass wir so schnell wie möglich dieses skalierbare Angebot festzurren, den Product Market Fit dafür bekommen, weil das ist die erste Hürde. Und tatsächlich auch, wenn man alleine unterwegs ist, aus meiner Sicht eine der schwersten Hürden, die man nehmen muss und kann, um mit dem Unternehmen zu wachsen. Aber solange du das nicht hast, ein Angebot mit Product Market Fit, ist es unglaublich schwierig, sein Umsatzplateau zu durchbrechen. Wenn man den Meilenstein vom Product Market Fit für sein skalierbares Angebot endlich geknackt hat, kommt meistens der nächste Engpass. Und zwar, dass viele Leute ein richtig cooles Angebot in den Händen halten und trotzdem sich kaum jemand bei ihnen meldet. Und viele Gründer sind dann immer so enttäuscht und sagen, Robert, ich habe doch dieses extrem coole Angebot, warum meldet sich kein Mensch bei mir? Und der Grund ist relativ simpel, dir fehlt einfach Vertrauen bei deinen Interessenten in deiner Zielgruppe. Und an dieser Stelle kommt dann Content ins Spiel. Und das ist auch der Grund, warum wir irgendwann dieses Spiel so hochgefahren haben, weil wir einfach beobachtet haben, dass wenn die Leute dir vertrauen, es deutlich einfacher ist, sie als Kunden zu gewinnen und mit ihnen zusammenzuarbeiten. Und das ist tatsächlich etwas, was mir bei Agenturen immer wieder auffällt, dass die irgendwie sensationelle Arbeit machen in der Zusammenarbeit mit ihren Kunden, aber davor und wenn man auf die Webseite sieht, man ungefähr gar nichts sieht. Man sieht kaum Content auf der Webseite, gefühlt sieht man nicht ein Bild von einem Mitarbeiter teilweise. Und man denkt sich so, wie sollte jemand dieser Firma vertrauen und mit ihr zusammenarbeiten, wenn man so nach außen gar nichts sieht. Und wir haben dann irgendwann angefangen, wirklich regelmäßig auf LinkedIn Content zu posten und haben wirklich gesagt, unsere Kennzahl ist Reichweite, weil wir einfach wissen, dass wir dadurch Vertrauen aufbauen. Und das hat alles verändert, weil die Leute auch heute, die zu uns kommen, kennen uns meistens schon seit Monaten, teilweise seit Jahren. Wir müssen nicht groß darüber sprechen, was wir eigentlich tun und sich dann sozusagen für eine Zusammenarbeit mit uns entscheiden. Und das bedeutet, das kann auch der zweite Engpass sein, dass dir einfach Vertrauen im Markt fehlt. Und Vertrauen baut man auch nicht auf, indem man 100 plus Copy-Paste-Nachrichten pro Tag verschickt, sondern wirklich durch richtig guten Content. Und deshalb ist das auch die zweite Dimension. Du musst Vertrauen aufbauen und deshalb auch Reichweite mit deinem Content erzielen. Jetzt kommt eine spannende Situation, die wir auch immer wieder in der Zusammenarbeit mit Kunden erleben, die wirklich ein richtig gutes Angebot haben, super Ergebnisse mit ihren Kunden erzielen und auch das Content-Spiel schon gestartet haben und teilweise auch wirklich richtig viel Reichweite damit erzielen. Und trotzdem so sind, Robert, eine Anfrage habe ich darüber trotzdem noch nicht bekommen und Kunden auch noch nicht gewonnen. Und was fehlt mir? Und am Ende sind es eigentlich zwei Parts, die man verstanden haben muss. Die erste Sache ist, dass du gerade am Anfang wirklich einen systematischen Vertriebsprozess brauchst. Das bedeutet, was wir zum Beispiel bei LinkedIn machen, ist unseren Kunden zu zeigen, wie sie wirklich sympathisch Woche für Woche Termine mit ihrer Zielgruppe vereinbaren können. Und wenn man da ein bisschen Grips reinsteckt, ist das wirklich super simpel, fünf bis zehn Termine pro Woche zu machen. Wir machen im Schnitt so viel auch für uns und wir sind in einem super kompetitiven Markt. Das bedeutet, wenn man in Branchen ist, wo ein bisschen weniger los ist, kann man da richtig Spaß haben, wenn man weiß, wie direkt Nachrichten funktionieren. Der zweite Part ist, und das ist das natürlich, wo die meisten Leute am meisten Freude daran haben, ist, Anfragen zu bekommen, dass sich wirklich Leute inbound sozusagen melden. Da hat sich über die Zeit gezeigt, dass ein optimiertes LinkedIn-Profil extrem wichtig ist. Und wenn ich auf 80 Prozent der LinkedIn-Profile schaue, verstehe ich nicht, was die Leute tun. Und ich auch angefangen habe, in der Zusammenarbeit mit unseren Kunden immer wieder drauf zu schauen, wirklich auch einen Screenshot zu machen, vor der Zusammenarbeit und nach der Zusammenarbeit. Und da wirklich Quantensprünge sind, weil man häufig so sehr in seiner Blase irgendwie ist und gar nicht mehr so richtig sieht, was man eigentlich tut. Wir dann sozusagen den Message-Market-Fit finden, also wirklich eine klare Botschaft entwickeln, dass die Leute draufgehen und in Millisekunden eigentlich verstehen, was du tust. Und die zweite Möglichkeit ist, die wir über die letzten Jahre perfektioniert haben, ist wirklich ein Vortrag zu entwickeln, der wirklich LinkedIn-Kontakte oder auch andere Kontakte auf Instagram, auf Facebook, dann am Ende begeistert und zu Anfragen führt. Das sind so die besten Konvertierungsstrategien, die wir in den letzten Jahren gefunden haben und die wirklich Woche für Woche uns auch Anfragen bringen. Und das Coole ist, dass man nicht tausend Sachen machen muss, sondern dass man eigentlich Direktnachrichten meistern muss und die zwei Strategien, die ich gerade genannt habe, um wirklich Woche für Woche seine Anfragen und Termine zu bekommen. Die vierte Dimension ist aus meiner Sicht extrem spannend, weil jetzt ist man eigentlich in der besten Situation, dass man viele Termine hat, dass man viele Anfragen hat und trotzdem die Leute irgendwie nicht abgeschlossen bekommt. Und tatsächlich scheitern viele erfahrene Unternehmer und auch Gründer an dieser Dimension, weil sie häufig die meisten Kunden aus ihrem Netzwerk oder auch über Empfehlungen gewonnen haben und das häufig deutlich dankbarer ist, weil einfach schon ein Level an Vertrauen da ist. Wenn man jetzt aber mit LinkedIn-Kontakten spricht, ist die Skepsis deutlich höher und die Leute lassen einen nochmal deutlich mehr tanzen, bis es zur Zusammenarbeit kommt. Und vor allem braucht man dafür einen ganz anderen Vertriebsprozess. Gerade mit einer Sales-Trainerin gesprochen, die seit irgendwie über 20 Jahren im B2B-Umfeld Vertrieb schult und meint auch, Robert, LinkedIn-Kontakte abzuschließen, ist ja wirklich nochmal ein komplett anderes Spiel. Und da meinte ich auch, ja, wir haben das wirklich über die Jahre perfektioniert, weil wir schon immer kalt die Leute gewonnen haben und nur die Leute aus dem Internet kannten. Aber das muss man wirklich meistern und das ist auch tricky, ist aus meiner Sicht aber wirklich auch unternehmerische Grundausbildung, dass diese Form von Vertrieb sitzt, weil ansonsten wird man immer den Engpass haben, die Leute nicht abzuschließen. Die meisten würden wahrscheinlich nach der vierten Dimension sagen, jetzt habe ich alles erreicht. Ich habe ein gutes Angebot, ich schaffe es wirklich, die Leute aufzuwärmen über Content, ich kriege Termine hin und ich kriege die Leute abgeschlossen. Das ist aus meiner Sicht aber ein grober Fehler, denn diese fünfte Dimension ist für alles Weitere wirklich das absolut Entscheidende und das hört sich verrückt an, aber diese Dimension wird von den meisten komplett unterschätzt und es geht um das Thema Case Studies aus der Zusammenarbeit. Denn vielleicht hast du es schon mal beobachtet und wir kriegen das tagtäglich mit, dass sich Leute für eine Zusammenarbeit von uns interessieren und bestehende Kunden per WhatsApp, per LinkedIn-Nachricht, per E-Mail antickern und fragen, hey, ist die Zusammenarbeit mit Robert wirklich so gut, wie er das sagt? Lohnt sich das? Was sind deine Erfahrungen damit? Und das bedeutet, ultimativ gewinnt immer der, der wirklich das beste Angebot hat, der das beste Produkt hat und vor allem die besten Case Studies produziert. Und das haben wir gerade in den letzten Wochen und Monaten auch nochmal beobachtet, was für einen großen Unterschied das gemacht hat, als wir wirklich Woche für Woche darüber berichtet haben, welche sensationellen Ergebnisse wir mit unseren Kunden erreichen und das bedeutet, das ist wirklich der fünfte Engpass, den du unbedingt auf dem Zettel haben solltest, wirklich starke Ergebnisse in der Zusammenarbeit zu liefern. Ganz wichtig, wenn du jetzt dein Umsatzplateau so schnell wie möglich knacken willst, kannst du dir wirklich montags morgens 10 Minuten Zeit nehmen und dich fragen, welche der 5 Dimensionen ist mein aktueller Engpass? Fehlt mir die Klarheit in meinem skalierbaren Angebot? Habe ich nicht genug Vertrauen aufgebaut im Markt über Content? Kriege ich nicht genug Termine Woche für Woche? Kriege ich die Leute nicht abgeschlossen? Oder produziere ich einfach nicht genug Case Studies? Und genau das tue ich wirklich immer Anfang der Woche und da dran richte ich auch wirklich die großen Themen in der Woche aus, dass ich wirklich sage, hey, wir haben gerade genug Anfragen, wir haben genug Termine, aber irgendwie landen nicht genug Leute in der Zusammenarbeit. Und dann springe ich in das Thema Sales rein, schaue mir ganz genau an, was mein Team macht, was wir noch irgendwie optimieren können, ob irgendwas am Leitfaden klemmt und fertig. Und wenn ich das geknackt habe, passiert häufig, dass man ein bisschen die Termine und die Anfragen, den Funnel irgendwie vernachlässigt hat, dass nicht mehr so viele Termine und Anfragen reinkommen als sonst. Und dann hüpft man wieder dahin und guckt sich an, hey, wie schafft man es, wieder stabil Anfragen zu bekommen und fertig. Und wenn man es wirklich perfektioniert hat, sollten sozusagen alle Sachen ineinander greifen und auch dann entstehen wieder neue Engpässe. Aber das hat alles für mich geändert, dass ich wirklich mich einfach Anfang der Woche gefragt habe, was ist mein aktueller Engpass und was kann ich diese Woche tun, um diesen Engpass so schnell wie möglich zu lösen.